Hey, 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 oh, 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 ich rühre ein Hexensüppchen an, das dich verzaubern kann. Du sagtest mir so nebenbei, dass ich für dich eine kleine Hexe sei, warum komm doch mal zum Essen zu mir, ja, ich lade dich ein und beweise es dir. Hey, 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 oh, 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 ich rühre ein Hexensüppchen an, das dich verzaubern kann. Wenn du davon zwei Löffel isst, weiß ich, dass du all die anderen Girls vergisst, dann kannst du nie mehr treu sein, ja, dann gehörst du mir nur ganz allein. Hey, 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 oh, 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 ich rühre ein Hexensüppchen an, das dich verzaubern kann. Yeah! Ich schluck dich nicht mit meinem Charme, ich halte nur das Hexensüppchen für dich warm. Das Mittel habe ich von meiner Mama, damit verzauberte sie ein Ding, Papa. Hey, 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 oh, 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 ich rühre ein Hexensüppchen an, das dich verzaubern kann. Yeah! Dass dich verzaubern kann. Wow! Dass dich verzaubern kann. Yeah! Ja!